Bist du bereit, die Reichweite deiner Mitgliederorganisation exponentiell zu steigern? Stell dir vor, Millionen von potenziellen Mitgliedern entdecken deine Inhalte auf der weltweit zweitgrößten Suchmaschine. YouTube unterstützt das sogar mit seinem YouTube-for-Non-Profit-Programm. Bleib dran bis zum Ende des Videos, um ein exklusives Angebot zu erhalten, das deine YouTube-Strategie auf das nächste Level hebt. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Georg, dein Experte für YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. In diesem Video aus unserer Serie YouTube für Unternehmen erkläre ich, warum Mitgliederorganisationen auf YouTube setzen sollten und wie sie dadurch ihre Reichweite und Sichtbarkeit erhöhen können und wie YouTube das noch mit YouTube-for-Non-Profits-Benefits unterstützt. Mit einem YouTube-Kanal erhöhst du die Sichtbarkeit und Reichweite deiner Mitgliederorganisation erheblich. YouTube brad weltweit über 2 Milliarden monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Das bedeutet, dass deine Inhalte potenziell von Millionen Menschen gesehen werden. Indem du deinen YouTube-for-Non-Profit-Kanal gut pflegst und relevante sowie häufig gesuchte Keywords verwendest, bringst du deine Organisation in den Suchergebnissen ganz nach oben. Menschen, die auf YouTube fündig werden, sehen sich die Beiträge aus echtem Interesse an. Sie investieren ihre Zeit, um sich zu informieren oder zu lernen. Dieser Prozess führt oft zu einer emotionalen Bindung und Loyalität gegenüber dem Anbieter. Nutze diese Bindung, um deine Mitglieder langfristig zu binden und die Mitgliederzufriedenheit zu erhöhen. Videomarketing im Rahmen von YouTube-for-Non-Profits ist zudem eine kosteneffiziente Methode, um Informationen zu verbreiten und Mitglieder zu erreichen. Einmal produzierte Videos nutzt du immer wieder, was die Kosten für wiederholte Schulungen oder Informationsveranstaltungen reduziert. Zudem eignen sich Videos auch für Werbezwecke, was zusätzliche Einnahmequellen erschließen kann. Durch die Erstellung von How-to-Videos und anderen informativen Inhalten stellst du die Expertise deiner Mitgliederorganisation unter Beweis. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in deine Organisation. Mitglieder schätzen es, wenn sie von Expertinnen lernen und profitieren können. Dein YouTube-for-Non-Profit-Kanal hilft also dabei, deine Organisation als Autorität in deinem Fachgebiet zu positionieren. YouTube bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Kommentare, Likes und Shares sind nur einige der Wege, wie du direktes Feedback von deinen Mitgliedern erhältst. Diese Interaktion nutzt du, um die Bedürfnisse und Interessen der Mitglieder besser zu verstehen und entsprechende Inhalte zu erstellen. YouTube-Videos werden von Google bevorzugt indexiert, was bedeutet, dass deine Inhalte nicht nur auf YouTube, sondern auch in den allgemeinen Suchergebnissen von Google gut sichtbar sind. Dies verbessert die SEO und bringt mehr Traffic auf deine Website. Ein gut optimierter YouTube-Kanal dient somit als leistungsstarkes Marketing-Tool. YouTube ist eine ausgezeichnete Plattform für Schulung und Weiterbildung. Mitgliederorganisationen können Tutorials, Webinare und Schulungsvideos bereitstellen, die den Mitgliedern helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich über aktuelle Themen zu informieren. Dies trägt zur Weiterentwicklung der Mitglieder bei und erhöht deren Zufriedenheit und Loyalität. YouTube bietet auch umfangreiche Analyse-Tools, die wertvolle Einblicke in das Verhalten der Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Diese Daten nutzt du, um die Inhalte kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Mitglieder anzupassen. Welche Videos werden am häufigsten angesehen? Wie lange bleiben die Zuschauerinnen und Zuschauer dran? Diese Informationen sind entscheidend, um deine Strategie zu verfeinern und den größtmöglichen Nutzen aus deinem YouTube-Kanal zu ziehen. Ein YouTube-Kanal trägt dazu bei, eine starke Community rund um deine Organisation zu fördern. Durch regelmäßige Veröffentlichungen und Interaktionen baust du eine engagierte und loyale Mitgliedergemeinschaft auf. Dies stärkt nicht nur die Bindung der bestehenden Mitglieder, sondern zieht auch neue Interessenten und Interessentinnen an. Der Aufbau eines erfolgreichen YouTube-Kanals erfordert Zeit und kontinuierliche Anstrengungen. Die langfristigen Vorteile überwiegen jedoch bei Weitem. Ein gut gepflegter Kanal bietet kontinuierliche Unterstützung und Informationen für deine Mitglieder und trägt zur langfristigen Bindung und Zufriedenheit bei. Eine professionelle YouTube-Marketing-Agency wie News & Video hilft dir dabei, eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Ich habe dir zum Ende dieses Videos ein exklusives Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir erarbeiten gerne gemeinsam mit deinem Team eine YouTube-Content-Marketing-Strategie für deine Organisation im Rahmen des YouTube-Non-Profit-Programms. Schreib mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar unter dieses Video und wir legen los. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Film eine Inspiration bekommen, warum Mitgliederorganisationen auf YouTube-for-Non-Profit setzen sollten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. Sieh dir gleich das nächste Video zum Thema an, nämlich wie man einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbaut und betreibt. Bis dahin, bleibt dran und viel Erfolg!